Wo ist der Reifen? Alter, kann ich ja... Ich mach einfach jetzt ein neues Spiel. Ich hab die Chance voll echt. Geil! Lockerflockig willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video und zu einem neuen Game. Heute spielen wir Coal Mining Simulado. Ist ein kostenloses Spiel auf Steam. Gönnt es euch, checkt es euch ab. Bewertung ist jetzt nicht allzu gut, aber ich denke mal, der liebe Heimpel guckt mal selber, wie das geile Game hier ist. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein hier. Neues Game. Gucken wir mal, was uns hier so erwartet. So, wir kommen in unsere schöne Stadt. Lange nicht... Nein, ich steig nicht auf den Tisch. Steig in den Pick-Up. Boah, geile Animation. So, boah, geile Karre hier. Alter, Shepherds. Fahren wir zum Lager. Oh, Alter. Dann hier nochmal rechts. Was ist das für eine Straße, Alter? Ganz schön holprig, du. Oh, 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 oh. Und Vollgas rein, die haben Vollgas rein. Nice. Werkzeugkiste kaufen. Okay, alles klar. Ja, wohin damit? Laufrad kaufen. Danke, dass du das allo. Alles klar, dann hängen wir mal. Wow, was war das denn? Achso, voll über die... Oh, fuck. Achtung. Wo ist denn der Reifen? Der Reifen ist weg. Ach, scheiß drauf, Degger. Ey, dieser Sound, das passt halt einfach nur dazu. Aber na ja. Zack. Auf geht's. Folgt der Straße, um zur Mine zu gelangen. Okay. Erinnert mich ein bisschen an den Airpods-Simulator 2019. Und diesen Sound. Schön. Kann ich wieder die ganze Scheiße zurückfallen? Ich hab schon keinen Bock mehr, Alter. Meine Fresse, du. Meine Fresse. Kann ich wieder alles zurückfahren? Hier wird aber nix hier irgendwie so... Ach. Kaufen die die Sachen und fahren sie dann zur Tankstelle und tanken sie. Aber keiner sagt, dass die Scheiße in den Trucks soll, Alter. Wieso will ich das wissen, Mann? Und wieso kann der nur 46 fahren? Und nicht schneller. Warum? Ja, ich weiß, dass ich da hin muss. Aber ich muss erst mal zur Garage, verdammt nochmal. So. Der Reifen, wo ich gekauft habe, ist irgendwie wirklich schön. Alter. So. Alter, wo ist denn der Reifen denn? Alter, ich wusste, ich hab die Schnauze voll. Wo ist der verfickte Reifen schon wieder? Diese Simulatoren, die gehen mir langsam so auf den Sack, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hab nix mehr. Ich hab nur die scheiß Dinger. Was denn jetzt? Ach, komm, der. Das kann man so werden, ja. Alter, das wird selbst nicht gehen. Das wird nicht gehen, weil ich keinen Reifen hab. Weil der irgendwie weg ist. Wo auch immer. Behindert, echt. Alter. Ja. Ja, bumm, bumm, bumm. So, komm. Die scheiße da abladen. Nope. Ja. Wo ist der Reifen? Alter, kann ich ja... Ich mach einfach jetzt ein neues Spiel. Ich hab die Schnauze voll, echt. Das geht mir so auf den Sack. Ich hab schon die Schnauze voll. Wegen einem dummen Bug hab ich wieder keinen Reifen. Und ich hab die Schnauze voll. Ja, komm. Miau, miau, miau. Halt's Maul, Alter. So. Also, da sieht der Größe aus. Behindert hier wirklich. Gib Gummi jetzt hier. Ich will die Scheiße mal hier fertig haben, ey. So, tanken. Die Wichse hier so. Akzeptieren. Okay. Und auf geht. Jetzt fahren wir da hin und haben jetzt die Scheiße. So, jetzt laden wir die Scheiße hier ab. Jetzt laden wir die Scheiße hier ab. Jetzt laden wir die Scheiße hier ab. So. Mutiere das Rad. Reifen einsetzen. Oh, sehr schön. Macht Spaß. Zack, zack. Miau, 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 miau. Jawoll. Zack, 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 zack. Und noch einmal. Oh, schön. Sehr schön. Dann fahren wir mal da rein. Ja, 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 das gibt's. Einfach hier, komm. Und dann fahren wir jetzt hier rein. Oh, je, je. Oh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Fahr mit dem reparierten Passwortvorsitz in das Bergwerk rein. Reinige das Bergwerk, benutze ihn, um den Müll zu entsorgen. Welchen Behälter? Alter, da muss ich jetzt die ganze Scheiße hier aufräumen. 15 Sachen. Ich liebe es. I love it to play this game. So. Geh ins Büro, schalte das Server und nehm da... Ne, ne, ne. Auch noch Missionen ein. Okay. Missionen. So, Generatoren anschließen. Fließfeier, also... Na, okay, hier. Hier oder was? Nice. Schalte das Förderband ein. Schalten sie alle Schalter ein. Hä? Wollt ihr mich flachsen, oder... Junge, was ist denn jetzt hier? Schalte das Förderband ein. Ja, sie können. Will ich doch. Oh, ich bin da, komm. Ich, ich... Ey, das reicht mir ja auch. Ich mache das Spiel. Vielleicht mache ich noch eine Folge. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ey, das ist wieder so eine Scheiß hier. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht. Und... Haut da rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.